Die Stadtsparkasse München hat jetzt das neue Beratungscenter am Max-Wieber-Platz eröffnet. Mitten im Herzen von Heidhausen, in unmittelbarer Nähe vom Bayerischen Landtag, dem Klinikum rechts der Isar und dem Wiener Platz und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie U-Bahn, Bus und Tram bequem zu erreichen. Hier in unserem neuen Beratungscenter sind wir vor Ort für unsere Kunden, sowohl die Privatkunden wie auch die Gewerbetreibenden und die Firmenkunden, vollumfänglich für alle Fragen zu finanziellen Angelegenheiten. Wir haben hier alle Vorteile unserer spezialisierten Berater unter einem Dach. Sie bekommen hier alle Dienstleistungen angeboten über sämtliche Bereiche, egal ob es Privatkunden, Firmenkunden, Immobilien oder Versicherungen geht. Uns gefällt unser neues Beratungscenter sehr gut. Wir haben auch sehr viel positive Resonanz mit unseren Kunden bekommen. Gerade die Bilder hinten gefallen unseren Kunden sehr, sehr gut, weil wir hier in Heidhausen sind. Das sind Heidhausener Motive. Wir haben hier Wert gelegt auf Wohlfühlatmosphäre, sehr innovativ. Testen Sie uns, kommen Sie zu uns, denn uns ist wichtig, dass wir dezentral nah am Kunden sind.